Und dann Moinsen zum Spielfazit noch, nach dem Spiel in Leverkusen, Stadionflock ist ja schon draußen, hoffentlich schon geschaut, wenn nicht, dann hier der Hinweis, der skippt wieder einen, auch einen richtigen Auswärts, Stadionflock an der Stelle, von dem 0 zu 0, wir geben ein paar Punkte durch, ich gebe ein paar Punkte durch, ich gebe ja, ich wollte es mir fast mal abgewöhnen, aber ich kriege es nicht hin, deswegen auch hier wieder, ich habe es gefühlt, es wird ein bisschen länger wahrscheinlich heute, als vielleicht sonst, mal gucken, wo wir am Ende landen, ich habe auch schon oft gesagt, es wird kürzer als sonst und es wurde ähnlich lang wie immer, Anfang direkt auch schon war wie erwartet, es war die beste Elf, die du auf den Platz schicken kannst, auch dann wieder, wie schon auf dem Weg zum Stadion schon gemerkt, selbst bei der Hinfahrt schon gefühlt, ab halb sechs ist es dunkel, es ist einfach ein geiles Flutlichterlebnis, also einerseits nicht geil, dass es so früh schon wieder dunkel ist, aber das Flutlichterlebnis ist wie immer geil, die Plätze waren krass, Plätze hier, dieser halbe Haupttribünenblock da quasi vom VfB, vom Gästeblock offiziell natürlich logischerweise und sehr nah am Rasen dran, weil ich war ja auch im Supercup und da war es im Oberrang, im Oberrang über den Stehern und jetzt war es halt links im Haupttribünenbereich neben den Stehern und von da oben sah das Stadion auch irgendwie ein bisschen größer aus, macht irgendwie ein bisschen mehr her, von unten hast du gesehen, okay, so groß ist das nicht, das ist schon halt 30.000 passerein, die Hälfte wie bei uns, das ist schon eine kleinere Nummer auf jeden Fall, brutal nah ran, dieser klassische Spruch von man konnte den Rasen riechen, hat da wirklich zugestimmt in dem Fall, hat da gepasst, war wirklich ein anderes Feeling, aber auch da habe ich schon hingeschrieben, meine Notizen hier, ist das alles geil schon wieder, weil schon lange vorm Anpfiff, dann kommen die Fans langsam ran, die ersten Fangesängen und so weiter und so fort, Auswärtsfahrten, generell Stadionerlebnis, aber auch Auswärtsfahrten mit dem VfB, das ist einfach geil, das macht einfach Bock, Flutlichterlebnis, Leverkusen, Topspiel natürlich auch gewesen vorm Anpfiff, deswegen auch da der Stichpunkt völlig richtig, ist das alles geil schon wieder, was natürlich nicht so geil war, Dreck-Levelingen verletzt, nach, keine Ahnung, was waren das, acht Minuten, sieben, acht Minuten, kam auch die Diagnose mittlerweile schon, kleiner Muskelfaserriss im Oberschenkel, mehrere Wochen auch raus, eben auch Länderspielpause dann raus, also auch kein Atalanta, kein Frankfurt und für ihn eben auch keine Nationalmannschaft, das sehr schade ist für ihn, ich glaube, von dem Bild war es, glaube ich, habe ich gelesen, dass es vielleicht sogar bis Ende November, Anfang Dezember dauert, also ein bisschen länger, natürlich sehr schade und schade um Levering, das ist ja gerade in einer sehr guten Phase, aber an sich haben wir ja da zumindest genug Leute in Führig kommen zurück, da vorne ist immer die Qual der Wahl, du musst irgendwen rauslassen, jetzt in dem Fall war es zum Beispiel Dimirovic, hast ja auch einen Undaff, du hast einen Elbilal, du hast einen Rieder, du hast einen Mio, da ist ja genug an sich, deswegen, personell ist das okay, aber natürlich schade um und für Levering in dem Fall, da hat es schon aufgeschrieben, Heimspiel, weil die Stimmung war brutal, die Stimmung von Osberg war richtig, richtig gut, wie es immer ist, aber trotzdem ist es, glaube ich, immer notwendig, es auch anzusprechen, wie stark es jetzt mal aufs Neue ist, dann direkt, ich weiß, wahrscheinlich scheinbar recht früh, wenn es hier schon in den Notizen so früh drinsteht, dieser erzwungene Banner von Leverkusen gegen VfB und auch gegen FCK, gegen Kaiserslautern, irgendwie nach dem Motto, irgendwie gegen beide, ja, irgendwie die Titel halt gewonnen, bei uns war es Supercup, ja, Glückwunsch, gegen Lautern war es Pokalfinale, gegen einen Zweitligisten, auch da herzlichen Glückwunsch, also ja, einfach, wie gesagt, ein bisschen erzwungen, ich glaube, die meisten Leverkusener wissen, dass beide Vereine, VfB und Leverkusen, und Kaiserslautern elementar größer sind und erfolgreicher sind historisch als Leverkusen, ist halt, nicht nur jetzt, aber die gesamte letzte Saison ja auch schon mit diesem, ja, diese Reiterei von der Meisterschaft und so Geschichten, wie gesagt, alles verdient, alles in Ordnung, eben das, was daraus entstanden ist, dieser Versuch oder dieses Aufgespiele, als wären sie wichtiger, als sie eigentlich sind, größer, relevanter, als sie eigentlich sind, weil das sind sie halt einfach nicht, und auch da in dem Fall natürlich, dass Leverkusen an VfB so ein bisschen anpisst mit dem, war natürlich auch speziell witzig, weil der VfB ja erst 92 eine Meisterschaft in Leverkusen gefeiert hat, inklusive Blattsturm, also ja, ganz, ganz mit der Nummer ist das komische, verzweifelte Banner an der Stelle, am Anfang direkt schon mal aufgeschrieben, zweimal Nübel, auch mal Chase, Deverkusen will sofort wissen, überlegen und überrennen uns, das war ja leider auch so, dünnes Eis beim VfB, Glatteis steht hier auch in meinen Notizen, Latte nach der Ecke, in der 40. habe ich unter anderem auch aufgeschrieben, Fouls über Fouls auch der Werkself, das ist auch schon ein bisschen aufgefallen, hier und da wirklich ordentlich draufgetreten, und auch am Ende des Tages waren ja viele gelbe Karten auch verteilt gewesen, am Ende auch wegen dämlichen Aktionen, irgendwie, da einen dummen Spruch stecken oder irgendwo einen Ball wegkicken oder sowas, ne, dumme gelbe Karten, aber auch da, ja, schon ziemlich ruppig unterwegs gewesen, aber es ist ja auch nichts Neues, immer gegen Leverkusen spielt tatsächlich, Nübel, 145. nochmal, und dann Halbzeit, und da musstest du sehr happy sein mit der ersten Halbzeit, und man sieht es ja auch hier, ich habe nichts aufgeschrieben zum VfB in Sachen Chance, weil da gab es halt nichts, also, das war generell insgesamt kein guter Auftritt, in der ersten Halbzeit auch kein guter Auftritt, 0 XG, 0 Expected Goals zur Halbzeitpause, ich glaube, Leverkusen war bei 1,1 oder sowas, und mit dem Dreh, 6 Schüsse, ich glaube, insgesamt, 3 aufs Tor, zu 0, ja, habe schon ein bisschen positiv hingeschrieben, heben sie es halt für unsere Hälfte auf, also für die Hälfte, wo der VfB auf unser Tor spielt quasi, und auch da wieder, das war so ein Feeling wie gegen München zum Beispiel, im Ausstieg auch da waren die Bayern besser, aber es stand halt 0 zu 0, damit bist du eigentlich zufrieden in München, 0 zu 0 zur Halbzeit, vielleicht gibt es eine Ansprache, irgendwas ändert sich in der Halbzeit, und an sich war ja noch alles drin beim 0 zu 0, und natürlich trotzdem, Leverkusen überlegen gewesen, Bonifaz, ich weiß es immer noch nicht, ich glaube, Bonifaz mittlerweile, 52. mit einem Pfosten Schuss, und dann, da habe ich, glaube ich, auch so im Stadionvlog gesagt, erste Chance, das war nämlich dann 55. bei uns, 60. dann direkt nochmal ein Undaf, also die Chance war, glaube ich, Millionen abgeblockt, danach ein Undaf nochmal, Leverkusen, aber auch 64. nochmal eine Chance, auch Ecken gesammelt, bis zum Geht nicht mehr, zu dem Zeitpunkt war es die achte Ecke, weiß nicht, wie es am Ende des Tages insgesamt waren, noch da habe ich schon hingeschrieben, was natürlich dann nicht eingetroffen ist, zum Glück, aber da habe ich schon hingeschrieben, das kann doch nicht auf 90 Minuten so gut gehen, irgendwann treffen die, wie gesagt, ist zum Glück nicht geschehen, auch wirklich wenig Entlastungsangriffe bekommen, wie gesagt, auch hier steht der Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, dumme gelbe Karten abgeholt, aber auch da, Abwehr steht halt bisher stabil genug, um halt da noch, ja, die Null zu halten, stand jetzt, weil da waren gute Aktionen dabei, hinten in der Defensive, die Fans wollten es auch nochmal richtig wissen, tatsächlich, 1893 angestimmt, na, Fängesänge, wo richtig alle mitgehen, wer nicht hüpft, der ist, Badenz und so weiter und so fort, die Stimmung war da, wie gesagt, die Stimmung war richtig, richtig gut, auch eben gegen Ende nochmal so 70. rum, also immer richtig angezettelt, das Ding nochmal angepeitscht, ja, die Nummer, aber hat sich halt nicht so ganz übertragen auf die Mannschaft, ja, Nübel nochmal überragend in der 72, diese Torwartgrätsche gegen Boniface, das war brutal stark und hat uns eben am Ende des Tages auch so das Unchi mitgenommen, Nübel war wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich, er war der Man of the Match von diesem Spiel, noch da nochmal hingeschrieben, der letzte Sieg in Leverkusen war auch unverdient, so habe ich es mir ein bisschen schön geredet und ein bisschen gehofft, so, komm, vielleicht machst du dann Lucky Punch oder so, ich war irgendwie positiv, wie gesagt, das Spiel hat nichts hergegeben, was einem irgendwie krass positiv hätte stimmen sollen, aber nicht war es irgendwie, war es einfach nur, weil es Bock gemacht hat, geile Auswärtsfahrt, dies, das, auch mit einer geilen Truppe unterwegs gewesen, die Auswärtsfahrt bestritten, aber, ja, wie gesagt, an sich spielerisch kam nichts, was wir irgendwie hätte Hoffnung machen sollen, außer halt dieser klassische Spruch von wegen, ey, wenn du vorne nicht machst, dann kriegst du ihn hinten, wie gesagt, auf beiden Seiten nicht mehr passiert, aber auch da nochmal mich, ja, ein bisschen Hoffnung gemacht von mir, der letzte Sieg dort war auch unverdient, das war 2018 dann unter Korkut, diese verrückte Rückrunde, Gentner Kopfball war es, glaube ich, 0 zu 1, dann Demi Bridge kam rein, Alter Kiel, Debüt für die Erste, also richtig Profi-Debüt für die Erste, 78. da nochmal aufgeschrieben, Druck nochmal, gut angepeitscht, Heimspiel in Caps hingeschrieben, wie gesagt, das war ein akustisches Stimmungsheimspiel, komplett, also von vorn bis hinten komplett, wie hat der Block nochmal angeschoben, ich habe belieft, aber ist nicht passiert, aber was eben auch nicht passiert ist, ist ein Last-Minute-Sieg von Leverkusen, und das fühlt sich dann auch schon mal gut an, weil das haben wir letztes Jahr oft erlebt, letzte Saison oft erlebt, dieses Jahr war es ja auch, glaube ich, viermal auswärts in Leverkusen, dann mit Supercup und so weiter und so fort, Supercup, wie gesagt, war ich ja auch vor Ort, da war es jetzt nicht immer Siege, aber halt zumindest ein Last-Minute-Ausgleich, nochmal in Last-Minute-Ausgleich im Supercup, der Last-Minute-Sieg war in den Pokal, aber eben dieses Last-Minute-Feeling und die machen nochmal eins und sowas auch, als er schick eingewechselt wurde, kurz Schiss bekommen, weil der eben auch getroffen hatte im Supercup, aber das kam nicht, vielleicht war es gerade diese Szene, diese Chance, die überragend hält mit der Torwartgrätsche, wo irgendwie klar war, gut, die können hier noch 120 Minuten spielen, keine Ahnung, noch zwei Verlängerungen oben drauf packen, die treffen heute nicht, es ist einfach so ein Tag für Leverkusen gewesen, und eben dann, ja, als Ergebnis auch für uns so ein Tag gewesen, deswegen Punktgewinn, den muss man auch erstmal so mitnehmen, muss man so mitnehmen, man musste viel überstehen, hat es aber eben auch getan, und wie gesagt, das ist auch okay als VfB Stuttgart, das ist so ein bisschen Spielfazit-mäßig, vorhin war ein bisschen Spielfilm, aber jetzt gehen wir richtig in den Spielfazit rein, das ist okay, dass du als VfB in Leverkusen überstehen musst, dass du Spiele in Leverkusen überstehen musst, es gab jahrelange Leverkusen nur aufs Maul, wirklich nur aufs Maul, letzte Saison waren wir immer auf Augenhöhe in jedem dieser Spiele, auch im Heimspiel immer auf Augenhöhe, besser gesagt unter Hoeneß, waren wir immer auf Augenhöhe gegen Leverkusen, außer jetzt eben gestern, wie gesagt, es war das erste Mal, wo Leverkusen klar deutlich besser war, aber wie gesagt, das musst du mitnehmen, und eben auch den Punkt mitnehmen, und weil diese Angst auch so ein bisschen weg ist von diesen außer zwarten Leverkusen, das ist glaube ich auch so ein bisschen Schlussfolgerungen aus dem Punkt, den ich gerade gemacht habe, dass du eben Jahre davor immer aufs Maul bekommen hast, und dann will man noch verloren und sowas, ja, dieser eine Sieg zu 2018, sonst hat es gefühlt in Leverkusen immer verloren, es war gefühlt eine garantierte Niederlage, dieses Feeling ist so ein bisschen weg, und dieses Feeling von, wir können da immer mithalten, wie gesagt, haben wir gestern jetzt rein sportlich, spielerisch nicht getan, aber am Ende des Tages ergebnismäßig schon, weil 0 zu 0 ist ein Unentschieden, den Punkt entführt, muss sich auch nicht entschuldigen für, auch das ist schon mal ganz klar, hat auch, glaube ich, Hünnes so nochmal gesagt auf der PK danach, oder in Stimmen nach dem Spiel danach, du musst dich dafür nicht entschuldigen, Leverkusen einen Punkt mitzunehmen, auch so halt mal einen dreckigen Punkt mitzunehmen, 2 zu 18, 0,3 x Goals waren es glaube ich zu dem Zeitpunkt, wo ich es hier aufgeschrieben habe, also nach dem Spiel, die Daten werden ja noch ein bisschen verarbeitet, und sind dann noch ein bisschen anders, als direkt nach dem Abpfiff, aber so stand es eben drauf, aber eben auch nichts, also nicht viel Klares aufs Tor, 5 zu 1 Schüsse aufs Tor bei Leverkusen am Ende des Tages, das klingt ein bisschen mehr, wenn man 2,8 x Goals liest, das klingt gefühlt nach 14 zu 1 Torschüssen, das waren es am Ende des Tages jetzt auch nicht, weil wir haben viel abgeblockt, viel noch im Bein dazwischen bekommen, klar, weiß ich jetzt nicht, ob da diese Latentreffer, Pfostentreffer auch offiziell zu Torschüssen zählen, bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht so sicher aus dem Stand, wie gesagt, die waren vollkommen überlegen, das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie damit wegreden, aber nicht verloren, muss man so am Abend dann auch erstmal so mitnehmen, war unser schlechtes Spiel in Leverkusen, ist auch ganz klar, Trackingpunkt feiern wir an der Stelle trotzdem, und auch witzigerweise, beide Mannschaften das erste Mal in dieser Bundesligasaison zu Null gespielt, und das in einer Paarung, in einer Partie, wo wirklich, glaube ich, kein Mensch der Welt gefühlt irgendwas auf 0-0 gesetzt hätte, weil 2-2, 2-3, hohe Ergebnisse, Leverkusen, Stuttgart, konnte gefühlt vorm Anpfiff physisch nicht 0-0 ausgehen, aber ist es tatsächlich am Ende des Tages, und für beide eben jetzt auch der erste zu 0, das erste zu 0-Spiel in dieser Ligasaison bisher, also auch für Nübel, wie gesagt, der paar Mal wirklich richtig stark, wie gesagt, vor allem die Sektore kretschen, dann irgendwie 70, 72, darum, Man of the Match, ganz, ganz klare Geschichte, sehr, sehr starke Leistung, er ist einfach ein Top-Torwart, das hat er nochmal bestellt, mit der Leistung in Leverkusen, und wie gesagt, weil mir das vielleicht, ich selber auch gerade zu kurz angesprochen habe, aber ich habe es extra nochmal hier reingeschrieben, für mein späteres Ich quasi, extra die Notizen schon geschrieben, weil ich, ja, weiß wohl, wie ich bin in diesem Spielfazit, dass ich hier und da vielleicht mal ein paar Sachen vergesse anzusprechen, die anzusprechen sind, oder noch mehr anzusprechen sind, weil die Abwehrkette, wie gesagt, das ist ein 0-0, und da muss man auch die Abwehrkette mal loben, ein Chase, ja, der hatte ein, zwei Probleme, der hatte ein, zwei komische Pässe, ja, aber insgesamt war der, war da hinten bockstark, hat seine Dinger da abgeräumt, Nuro ist seit Wochen bockstark, auch Leverkusen bockstark gewesen, Hendricks nach Einwechslung war richtig gut, der ist richtig, wäre richtig aufgefallen, wie gesagt, da waren die meisten gut da hinten, aber der war auffällig guten Hendricks, und der so weitermacht, der hat auch das Tempo, der hat die Größe, der sich hier wirklich richtig ranreift zum Spieler, der vielleicht, ja, klar, gerade erstmal nur Ergänzung ist, aber vielleicht irgendwann dann mal mehr ist, wäre es der nächste, absolute Stil, was hat er gekostet, 800.000 da von Rotterdam, unter einer Million oder so um den Dreh, das wäre krass, aber wie gesagt, der hat eine richtig gute Leistung gebracht in Leverkusen nach der Einwechslung, wie immer auch da, nach dem Spiel, sehr reif, sehr gute Stimmen zum Spiel, keiner irgendwas groß schön geredet, gleich war es natürlich, sagt, ey, Punkt Leverkusen ist in Ordnung, aber nichts schön geredet, schlechtes Spiel gewesen, hat auch Hönes gesagt, und so weiter und so fort, und an der Stelle jetzt auch happy, dass diese Auswärtsfahrten mit Leverkusen vorbei sind und nach Leverkusen vorbei sind, weil wie gesagt, viermal auswärts in einem Jahr nach Leverkusen, das muss auch nicht sein, das muss man schon wollen, weil es auch zweimal in Leverkusen, auch meine ersten beiden Mal in Leverkusen wird, ist doch alles in Ordnung, da kommst du gut hochgefahren, scheinbar jetzt auch, nicht potthässlich, aber halt auch nicht wirklich übergeil oder sowas in der Form, sag ich mal, aber gerade solche Spiele, oder gerade aus meiner Perspektive heraus, habe ich schon ein paar Mal darüber aufgeregt, das Bewerbungsverfahren für die meisten Spiele jetzt auch wieder für, keine Ahnung, Heidenheim, Augsburg, whatever, wenn du dich drauf bewirbst, ich habe bisher noch keine einzige Karte bekommen in diesem Bewerbungsverfahren, dann nimmt man mit, was man bekommt, Leverkusen war normaler freier Verkauf, äh, freier Verkauf, normaler Mitgliederverkauf, normaler Warteschlangenverkauf, zack, kommt man an Karten, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich bei irgendwas von Heidenheim und Augsburg, whatever, irgendwie über den VfB-Blockkarten bekomme, hoffe, dass vielleicht irgendwie Augsburg zumindest klappt oder sowas, aber jetzt schweife ich schon wieder ab, ähm, deswegen hier nochmal das Fazit auch zu diesem Spieltag, Heimspiel, das war ein Heimspiel, das nochmal hervorzuheben, Stimmung war richtig geil, richtig angepeitscht, an uns lag es nicht, wir haben richtig, richtig performt, in diesem Aussatzblock hat Bock gemacht, auch nach dem Spiel nochmal, Schwaben versauft eure Gelder, ähm, da unten quasi in Katakomben außerhalb des Blocks nochmal Gas gegeben, so ein kleiner Kreis an VfB-Fans, wir sind einfach, ja, positiv beglaubt, die VfB-Fans, ist einfach so, war eine sehr, sehr geile Nummer, und dann nochmal ein bisschen der Ausblick von diesem Spielfazit raus von Leverkusen eben jetzt in den nächsten Wochen, was dieses Spiel vielleicht bedeutet oder eben, ja, nicht bedeutet, wie ich gleich drauf kommen werde, weil das war es auch der erste Gedanke, so ein bisschen nach diesen 90 Minuten, das geht nicht nochmal 90 Minuten so gut, du brauchst eine bessere Leistung, eine Steigerung gegen Atalanta, auch gegen Frankfurt, aber auch da, dann recht schnell die Notiz hinterhergeschrieben, die wird es auch geben, weil es ist, das sind andere Voraussetzungen, das ist ein Heimspiel, Mittwochabend, volle Kapelle, Heimspiel, Vollgas, Atalanta, Champions League, zweites Heimspiel in der Champions League, da wird es brennen, und die werden zu Hause immer, oder normalerweise, immer die besseren Leistungen zeigen, als auswärts, grundsätzlich, sag ich mal, ist natürlich nicht überall anwendbar, aber grundsätzlich, das wird eine andere Leistung sein, das wird eine bessere Leistung sein, wäre das Spiel jetzt in Stuttgart gewesen, hätte uns Leverkusen auch nicht so an die Wand gespielt, gehe ich fest davon aus, wie gesagt, das sind andere Voraussetzungen nochmal an der Stelle, auch bei Frankfurt, genau das gleiche, auch das, das werden beide, weil es absolute Top-Spiele, bevor es in die Länderspielpause geht, Atalanta und Frankfurt, weil zwei richtig große Spiele, Mittwochabend und Sonntagabend, richtig Bock drauf, richtig, richtig Bock drauf und natürlich an der Stelle auch nochmal, wir hatten das zu Null schon angesprochen, hatten wir auch gegen Juve und damit sind wir bei dem Thema, nach dem Bayern-Spiel, schon Weltuntergangsstimmung ist natürlich zu hoch gegriffen, aber hier und da, habe ich auch schon damals gesagt, Kritik, die mir zu weit ging, nach dem Bayern-Spiel, jetzt muss ich mal gucken, was danach passiert ist, ein überragender Auswärtssieg zu Null, bei Juventus Turin in der Champions League, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, danach die Pflichtaufgaben erfüllt, Kiel lautern im Pokal weiter, Sonntag, Auslosung, Sonntagabend, morgen Abend in dem Fall, und jetzt eben auch in Leverkusen, klar, das war keine gute Leistung, nochmal, keine gute Leistung, aber auf dem Punkt geholt, dafür muss ich auch nicht entschuldigen, und 0-0 Leverkusen hätte ich, gut, 0-0 vielleicht nicht, aber einen unschiedenen Leverkusen hätte ich vor dem Anfiel wahrscheinlich auch genommen, grundsätzlich, hatte gehofft auf den Sieg, klar, hat auf den Sieg getippt auch, also wieder keine Tipps im Punkt, keine Punkte im Tippspiel, so rum, aber es ist auch nichts Neues bei mir die Saison, läuft es nicht so gut bisher, aber den nimmst du grundsätzlich mit in Leverkusen, deswegen, wie gesagt, nach dem Bayern-Spiel, Juve geschlagen, zu 0, Pflichtaufgaben gelöst, und auch in Leverkusen, zu 0 geblieben, bei einem Top-Gegner, der eine Top-Leistung abliefert, Alonso Klopp hat gesagt, wahrscheinlich die beste Leistung der Saison, und wir gehen da trotzdem mit dem 0-0 raus, deswegen, auch das nochmal, in Sachen Entwicklung, in Sachen, ja, gucken, Ausblick, sage ich mal, ist das schon alles sehr, sehr ordentlich, Atalanta am Mittwoch, auch da nochmal der Hinweis, wie schon, ja, rund um die Videos hier immer wieder, dass wir natürlich Portkantstadt gerne hören dürfen, da bin ich dann wieder aktuell zu hören, zu den Spielen, zu nach Leverkusen, zu vor Atalanta in Portkantstadt, vor dem Mittwoch noch, auch da natürlich alles drumherum, was wir so machen, zu den Geschichten von STN, STZ, mein VfB raus, rund um Atalanta, selber auch wieder dann, zwischen Atalanta und Frankfurt, wird es natürlich auch wieder in Portkantstadt geben, dann hört er mich auch vermutlich wieder, außer irgendwas kommt dazwischen, keine Ahnung, aber genau, dass ihr da nochmal Bescheid wisst, wie gesagt, weil hier auf dem Kanal fehlt es wahrscheinlich hier und da, oder das heißt, vielleicht es fehlt hier und da, dass ich mich nochmal richtig melde, und überspiele, quatsche und so weiter, weil irgendwie die Zeit nicht da ist, oder ja, schwierig ist gerade die Zeit zu finden dafür, aber wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich es nicht tue, ich tue es, aber eben an anderer Stelle, deswegen da gerne nochmal der Hinweis an der Stelle, 0-0 Leverkusen, geile Ausfahrt gewesen, trotz allem, geile Stimmung gewesen, 0-0, nehmen wir mal mit an so einem Abend, davon mitnehmen, muss man sich nicht für entschuldigen, weiter geht's, weiter positiv bleiben, und weiter Bock haben auf diese dermaßen Top-Spiele, und grandiosen Abende, die da kommen werden, in Stuttgart, und damit, ab auch von euch, Spielfazit in die Kommentare, natürlich auch gerne, ja, Bewertungen von meinem Spielfazit in die Kommentare, und immer natürlich auch gerne kostenlos, Like und Abonnenten lassen, ganz klare Geschichte, wichtig und richtig, an der Stelle, sind ja zu halb auf dem Weg, zu diesen 10.000 Abonnenten, was ein riesen Schritt nochmal wäre, der sehr, sehr groß wäre, und mich sehr freuen würde, deswegen, gerne, wenn er noch neu auf dem Kanal ist, und das hier alles nicht so ganz scheiße findet, gerne kostenlos, wie gesagt, das Abo auch da lassen, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik